Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wenn du hier diesen Kanal schon etwas länger verfolgst, dann weißt du sicherlich, dass ich ein großer Fan des Bildbearbeitungsprogramms Affinity Photo bin. Trotzdem hat aber natürlich auch dieses Programm so ein paar Schwächen. Zum Beispiel fehlt da so eine richtige Fotoverwaltung, womit man also seine ganzen Fotos, die man hat, ja ordentlich einsehen kann, die bewerten kann und womit man die auch schnell, ja, bearbeiten kann, also so schnell in so eine RAW-Entwicklung reinkommt. Als Ausgangspunkt für meine Fotobibliothek und auch so die ersten Bearbeitungsschritte habe ich daher bisher immer, wie viele andere wahrscheinlich auch, Lightroom von Adobe benutzt. Nachdem meine schon ältere Leitungenversion aber so langsam nicht mehr will und ich auch keine Lust habe auf das, ja jetzt übliche ABO-Modell von Adobe, war ich schon etwas länger auf der Suche nach einer Alternative. Vor kurzem bin ich jetzt auf das Programm Lumina 3 aufmerksam geworden, denn das hört sich genau für diese Aufgaben ja wirklich nach dem richtigen Programm an, also das kann wirklich Fotoverwaltung, RAW-Entwicklung, aber sogar auch noch einiges mehr, bis hin wirklich zur Arbeit sogar mit verschiedenen Ebenen. Also es hört sich wirklich sehr interessant an und deswegen wollte ich mir das mal etwas genauer anschauen. Und das Beste daran ist, man kauft das Programm einmal zu einem doch erstmal, finde ich, relativ interessanten Preis von um die 70 Euro kostet das und dann besitzt man das Programm auch wirklich und bekommt zukünftige Updates auch erst einmal kostenlos. Also kein Abo, wie das bei Adobe der Fall ist. Was man alles mit Lumina 3 machen kann, das möchte ich in diesem Video einfach mal so ein bisschen vorstellen. Deswegen würde ich sagen, wechseln wir einfach mal direkt hier rüber auf den Computer und dann schauen wir uns das Ganze gemeinsam mal etwas genauer an. So, ich bin jetzt hier in Lumina 3 drinne und ich würde sagen, als erstes schauen wir uns mal die Fotoverwaltung etwas genauer an. Das Wichtigste ist hierbei, finde ich, dass man erstmal einen schnellen Überblick über seine Fotos bekommen kann, sodass man diese dann auch zum Beispiel schnell bewerten kann, sodass man die dann schnell später wiederfindet, wenn man die dann bearbeiten möchte. Aber zunächst einmal muss man hier seine Fotos natürlich zu der Bibliothek hinzufügen und das funktioniert in Lumina 3 zum Glück super einfach. Hier siehst du auch schon, ich habe hier rechts meine RAW-Bibliothek, also das ist einfach mein Ordner, wo ich meine ganzen Fotos drinne habe. Und wenn ich hier einfach mal auf diesen Pfeil hier draufgehe, dann siehst du schon, hier sind meine ganzen Unterordner drin, also meine ganzen Ordner mit meinen Fotos, die tauchen jetzt automatisch auf. Und ich musste jetzt auch wirklich nicht diese ganzen Ordner hier einzeln hinzufügen, was ja wirklich sehr viel Arbeit wäre, vor allem wenn man schon eine Bibliothek mit ganz vielen Bildern hat, sondern ich musste wirklich nur, als ich das Programm das erste Mal gestartet habe, einmal den Überordner auswählen, also hier diese RAW-Bibliothek und dann hat Lumina 3 die ganzen Ordner automatisch durchforstet und erkannt, das hat dann, ja ich sage mal vielleicht ein, zwei Minuten gedauert und dann waren die automatisch alle direkt hier drin. Auch hier die ganzen Vorschau-Bilder, die du hier siehst, die laden wirklich super schnell, also ich kann ja einfach mal hier in andere Ordner reingehen und dann siehst du wirklich, wie schnell diese Vorschau-Bilder auch laden. Die sind natürlich erstmal so ein bisschen unscharf noch und dann werden die nach und nach schärfer, aber wirklich, das geht so super schnell. Also ja, da kann man sich wirklich nicht drüber beschweren. Okay, aber das Wichtigste hier vorhin in der Bibliothek ist natürlich, dass man das Ganze auch bewerten kann und das funktioniert natürlich auch in Lumina 3, wie man das zum Beispiel auch aus Lightroom kennt. Man kann also hier, wie du siehst, hier so Sterne seinen Fotos geben oder ich kann eben auch ein Herz geben. Also ich kann entweder hier einfach anklicken, drei Sterne, fünf Sterne, so geht das natürlich einmal ganz schnell, indem ich einfach hinten in dieser gesamten Übersicht hier drinne bin oder ich kann natürlich auch hier auf die Einzelbilder draufgehen. Dafür gehe ich einfach hier oben in der Menüleiste hier auf dieses Symbol drauf für Einzelbildmodus und dann sehe ich jetzt hier meine einzelnen Bilder und kann die jetzt natürlich auch nochmal bewerten. Und hier kann ich jetzt auch super mit der Tastatur arbeiten. Ich kann also zum Beispiel die Taste P auf der Tastatur drücken und dann siehst du hier unten, da ist jetzt dieses Herz, das ist jetzt hier ja ausgefüllt worden. Das heißt, jetzt haben wir dem Ganzen ein Herz gegeben beziehungsweise so das Foto jetzt hier zu unseren Favoriten hinzugefügt oder ich könnte zum Beispiel auch die Taste X drücken, dann geht das Herz hier wieder weg und hier dieser Haken wird hier aktiviert. Das steht dann für, dass das Bild abgelehnt wurde. Also so kann ich zum Beispiel ganz schnell mit X und P einfach meine Fotos ja bewerten, ob ich das mag, ob ich das weiter benutzen möchte oder X zum Ablehnen, ja quasi, dass ich das Foto nicht weiter benutzen möchte. Außerdem kann ich auch einfach hier mit dem Nummernblock arbeiten, also mit den Nummern 1 bis 5. Wenn ich jetzt einfach die 3 hier auf der Tastatur drücke, dann werden hier also einfach 3 Sterne hinzugefügt. Und so kann ich wirklich ganz schnell durch meine Bilder durchgehen. Ich kann jetzt hier meine Pfeiltasten benutzen, also einfach nach rechts gehen und dann kann ich hier durch meine Bilder durchgehen, kann jetzt sagen, dem gebe ich 3 Sterne, dem gebe ich auch 3 Sterne, dem gebe ich 4 Sterne, dem gebe ich vielleicht 5 Sterne. So kann ich also wirklich super schnell durch meine ganze Bibliothek durchgehen oder durch meine letzten Bilder, die ich geschossen habe und so meine Fotos direkt bewerten. Wenn ich jetzt einfach nochmal auf die Gesamtübersicht zurückgehe, dann sieht man hier natürlich auch wieder die Bewertung, die ich gegeben habe, also die Anzahl der Sterne und ich kann mir das Ganze natürlich auch danach wieder filtern lassen. Dafür kann ich hier einfach oben drauf gehen, da wo jetzt zeigt, alle Fotos drauf ist und kann dann zum Beispiel sagen, ich möchte nur mit 3 Sternen oder mehr Sternen, die angezeigt bekommen und dann bekomme ich wirklich nur die Fotos angezeigt. Also das funktioniert alles wirklich super und hier muss ich Lumina 3 also wirklich nicht vor Lightroom oder so verstecken. Ja, wenn ich neue Fotos zu meiner Bibliothek hinzufügen möchte, dann kann ich das hier oben über diesen Button übrigens machen. Dann kann ich einfach, wie man das auch aus Lightroom zum Beispiel kennt, einfach auswählen, dass zum Beispiel, wenn ich meine SD-Karte aus der Kamera eingesteckt habe in den PC, kann ich einfach auswählen, dass eine Kopie davon zum Beispiel gemacht werden soll und dann werden die einfach hier zur Bibliothek hinzugefügt. Also ja, einfach ein ganz simpler Vorgang. Ich muss aber noch nicht mal über hier diesen Import-Button hier oben arbeiten, sondern ich kann zum Beispiel auch die Fotos einfach in der Ordnerstruktur auf dem Computer hinzufügen und dann werden die übrigens hier auch direkt angezeigt. Also das ist natürlich auch ein super Feature. Also ich muss die nicht einzeln hier importieren, sondern kann einfach das im Ordner machen und Lumina 3 scannt die Ordner immer automatisch. Also alle, die ich einmal hier hinzugefügt habe, also hier dieser komplette Warbibliothek-Ordner, alle Änderungen, die ich hier in diesen ganzen Ordnern vornehme, die werden dann automatisch von Lumina 3 erkannt, wenn ich dann ein Foto hinzufüge oder lösche oder was auch immer und das wird dann direkt hier umgesetzt. Also das ist natürlich auch wirklich super. Okay, ich gehe mal wieder auf einen neueren Ordner von mir, hier zum Beispiel von der Schweiz, wo ich zuletzt war, wo ich Bilder gemacht habe und dann gucken wir uns mal die Fotobearbeitung etwas genauer an. Denn neben einer einfachen Fotoverwaltung ist natürlich auch die Fotobearbeitung oder vor allem die War-Bearbeitung ja somit das wichtigste Feature hier von dem Programm und war auch für mich so der wichtigste Grund, ob das hier so gut funktioniert, also ob die Zusammenarbeit, sage ich mal, hier von der Bibliothek, dass ich da schnell in die Bearbeitung reinkomme, ob das alles so gut funktioniert. Ich wähle dafür jetzt einfach mal ein Foto aus, hier das hier unten zum Beispiel, mache ich einfach mal einen Doppelklick drauf und dann wird das hier auch in der gesamten Ansicht direkt geöffnet. Ich hätte jetzt natürlich auch hier oben auf diesen Button wieder gehen können für Einzelbildmodus und jetzt sind wir auch direkt hier oben in diesen Modus Bearbeiten draufgekommen. Jetzt sieht man auch schon auf dem ersten Blick, dass das Ganze ja wirklich so ähnlich aussieht, wie auch in Lightroom. Man hat also hier links sein gesamtes Bild, was man gerade bearbeiten möchte und rechts hat man hier jetzt so verschiedene Schieberegler, ja, wo man einfach Änderungen vornehmen kann. Trotzdem sieht das Ganze aber noch ein bisschen anders aus und man hat jetzt noch nicht so wirklich viele Schieberegler hier. Hier sind noch so ein paar komische, was das genau ist, das werden wir uns später mal noch angucken. Man kann das Ganze aber wirklich schnell so einstellen, dass das Ganze auch wirklich fast genauso aussieht, wie das in Lightroom aussieht. Dafür gehe ich einfach hier oben mal auf diesen Button drauf, der steht jetzt hier auf schnell und genial und ich gehe einfach mal auf hier diesen Arbeitsbereich professionell drauf. Und dann siehst du wirklich schon, dann sieht das Ganze wirklich ja fast genauso aus, wie auch in Lightroom, wirklich fast wie eine 1 zu 1 Kopie. Ich habe also hier meine War-Entwicklung, wo ich hier wirklich Belichtung, Kontrast, Schatten, Lichter anpassen kann, ja, und hier auch ganz viele weitere Möglichkeiten zum Einstellen des Bildes. Das Ganze ist halt wirklich nur so ein bisschen anders strukturiert und aufgebaut wie in Lightroom. Wie du siehst, konnte ich jetzt hier, ja so verschiedene Filter nennt sich das hier, kann man einstellen und auch so verschiedene Arbeitsbereiche. Was das alles genau ist und was das bringt, das gucken wir uns gleich mal noch genauer an. Aber jetzt erstmal hier so ein bisschen zum Vergleich, was man hier alles einstellen kann und wie das Ganze mit Lightroom vergleichbar ist. Also wie gesagt, hier kann ich wirklich so allgemeine Einstellungen vornehmen, Belichtung natürlich, eine ganz allgemeine Anpassung, Kontrast kann ich natürlich auch einstellen, die Lichter kann ich hier einstellen, um dem Himmel zum Beispiel mal ein bisschen schnell mehr Kontrast zu geben, die Schattentöne natürlich auch, kann den Vordergrund hier natürlich schnell auffällen. Und hier kann ich wirklich viel aus dem Bild herausholen, wie man das auch aus Lightroom kennt. Hier Sättigung, Dynamik kann ich natürlich bearbeiten, kann die Sättigung vom Bild schnell erhöhen oder noch ein bisschen Dynamik geben. Das ist auch so eine Art Sättigungsanpassung. Dunst kann ich hier zum Beispiel auch entfernen, das hat ja glaube ich die neueste Version von Lightroom auch. Also wenn ich den einfach erhöhe, dann sieht man auch, wie hier wirklich deutlich mehr Kontrast und Farbe im Hintergrund schnell zurückkommt, obwohl das hier über dem See so ein bisschen neblig war. Farbstich entfernen ist natürlich auch eine super Anpassung, um ja zum Beispiel irgendwelche, ja so ein bisschen bläuliche Färbung hat hier das Bild, jetzt vielleicht so ein bisschen, die kriegt man wirklich schnell hier mit raus. Hier den erweiterten Kontrast habe ich jetzt auch schon so ein bisschen ausprobiert, also da kann man wirklich auch nochmal, ja viele Sachen aus seinen Fotos mit herausholen, den lasse ich jetzt aber erstmal weg. Dann hier Kurven natürlich auch, natürlich wie man das aus Lightroom kennt, dass man einfach hier so eine S-Kurve zum Beispiel geben kann, um dem Ganzen auch noch so ein bisschen Kontrast zu geben und einfach hier halt die Kurven bearbeiten kann. Dann finde ich es auch immer eine wichtige Sache, dass man die Kurven wirklich bearbeiten kann und das Ganze wirklich so, ja auch ein bisschen professioneller zu bearbeiten geht, als einfach nur über so ein paar Schieberegler und man wirklich hier genau in die verschiedenen Helligkeitswerte reinkommt. Hier HSL-Anpassung ist natürlich auch wichtig, dass man die Farben verändern kann. So kann ich jetzt einfach zum Beispiel hier die blaue Sättigung vom Himmel oder von den gesamten Blauwerten hier im Bild schnell verändern oder auch den Farbton davon. Also ja wirklich so eine typische HSL-Anpassung halt, das ist eigentlich wirklich genauso, wie man das auch aus Lightroom kennt. Teiltönung kennt man ja auch zum Beispiel aus Lightroom, dass man einfach den Lichtern und Schatten noch verschiedene Tönungen mitgeben kann, bestimmte Farben mitgeben kann, Vignettierung natürlich auch so eine Standard-Anpassung. Ja, also du siehst wirklich alles so, was man aus Lightroom kennt an Anpassung, ist hier auch wirklich mit dabei. Auch hier oben kann ich nochmal reingehen, Objektivverbesserung gibt es hier auch. Also hier zum Beispiel Objektivverzeichnung, kann ich einfach mal draufgehen. Da ist jetzt hier bei dem Objektiv nicht viel vorhanden, aber wird dann auch schnell rausgerechnet. Chromatische Apparation auch mit einem Haken, kann man hier rausrechnen. Also wirklich alles einfach wirklich fast 1 zu 1, genauso wie man das auch aus Lightroom kennt. Der Button hier ganz unten rechts, der ist auch noch ganz interessant, nämlich hier dieser Luminar-Look speichern, das ist quasi fast genau das gleiche, wie die Presets in Lightroom. Also ich kann einfach die Anpassung, die ich jetzt hier alle vorgenommen habe, die kann ich dann speichern und dann habe ich so ein Preset, ich kann auch mal anzeigen, wie man die sich anzeigen lässt. Das nämlich finde ich eigentlich auch ganz schön gelöst und hier sind auch so ein paar standardmäßig direkt mit bei, da kann ich hier auf diesen Button draufgehen und dann werden hier unten diese Presets angezeigt, beziehungsweise hier nennen sie sich halt Luminar-Look und dann kann ich hier verschiedene Orten auswählen, also die waren jetzt schon alle voreingestellt, hier von Luminar 3, da kriegt man direkt beim Kauf mit dabei. Kann also hier zum Beispiel hier auf Landschaften draufgehen und dann habe ich hier direkt so Voreinstellungen, die ich direkt auswählen kann und dann werden diese Anpassungen hier einfach direkt darauf angewendet. Also wirklich wie diese Presets, wie man die aus Lightroom kennt. Ja, ich mache das jetzt mal wieder zu und dann schauen wir uns hier oben mal noch an, was es hier noch so für Einstellungsmöglichkeiten gibt. Ja, hier kann ich natürlich die Größe ändern, ich kann hier natürlich direkt reinzoomen und wieder rauszoomen mit nur einem Klick. Das funktioniert natürlich auch. Dann kann man hier sich Vorher und Nachher anschauen. Das ist natürlich auch immer wichtig. Einfach mit einem Klick hier drauf, sieht man die Vorher-Ansicht oder ich kann hier auch so eine geteilte Ansicht machen, wie man das ja auch aus Lightroom zum Beispiel kennt. Und dann habe ich hier natürlich noch so ein paar Standardwerkzeuge. Ich kann das Bild also zum Beispiel zuschneiden, transformieren. Also da könnte ich zum Beispiel, ja, das Bild spiegeln oder hier auch klonen und stempeln. Das kann man ja auch in Lightroom machen, dass man einfach so ein paar Flecken zum Beispiel hier aus dem Himmel nehmen kann. Dann kann ich zum Beispiel jetzt auch einfach mal machen, gehe hier auf Klonen und Stempeln drauf und dann fahre ich hier so ein bisschen mal ran. Ja, da muss das Bild kurz laden und dann kann ich hier ranfahren und zum Beispiel hier diesen etwas dunklen Fleck, ich hoffe, man sieht den jetzt in der Aufnahme auch, hier rausrechnen, dann kann ich hier einfach die Größe von dem Pinsel verstellen und dann kann ich über die Optionstaste, drücke ich einfach hier links in den Himmel irgendwo und dann hier diese Stelle ganz einfach überdecken. Also einfach auch so eine Standardanwendung, die man aber natürlich auch immer braucht. Wenn ich dann fertig bin, gehe ich hier auf Fertig und dann kann ich hier auch wieder aus dem Bild rauszoomen. Lumina 3 kann aber tatsächlich noch einiges mehr als hier diese Fotobibliothek, die wir uns eben angeschaut haben und diese typische War Bearbeitung von gerade und das gucken wir uns jetzt mal noch genauer an. Du siehst jetzt vielleicht schon, hier oben gibt es diesen Punkt Ebenen und hier taucht jetzt nicht nur dieses Bild auf, das ist hier diese Bilddatei hier, sondern auch zum Beispiel noch hier dieses Klonen und Stempeln, das ist das, was wir gerade gemacht haben, das taucht hier wirklich als eigene Ebene auf. Gehe mal wieder hier auf diese Ebene von eben zurück, was unser Hauptbild ist und dann tauchen auch hier wieder diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten auf und das heißt, du kannst hier wirklich mit verschiedenen Ebenen arbeiten und die können alle diese ganzen Filter, wie die sich hier nennen, die kannst du da alle hinzufügen und alle einzeln bearbeiten. Und auch hier diese ganzen Filter hier unten, die du siehst, die lassen sich alle noch maskieren oder nicht alle, aber die meisten also hier diese War-Entwicklung nicht, weil das hier wirklich so die allgemeine Bearbeitung ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf hier diese Sättigung Dynamik einfach draufgehe, dann siehst du, ist hier noch so ein Pfeil, da kann ich draufgehen und kann dann Pinsel, Radialmaske oder Verlaufsmaske auswählen und kann dann sagen, dass diese Anpassung hier, dieser Filter, wie der sich hier nennt, nur auf bestimmte Bildbereiche angewendet werden soll. Also das ist natürlich wirklich super. Ich kann hier zum Beispiel jetzt einfach, ja ich sage jetzt einfach mal Pinsel, damit man das Ganze sieht, kann dann hier anmalen, wo das Ganze angewendet werden soll. Ich male jetzt einfach mal nur hier, ja diese Berge an, dann rechnet das kurz und dann sieht man hoffentlich, wie wirklich nur hier dieser vordere Bereich, den ich jetzt angemalt habe, von hier diesem Filter beeinträchtigt wird, kann hier über dieses Auge natürlich die Ansicht auch ein- und ausschalten. So sah das Ganze vorher aus. So nachher jetzt mit ein bisschen mehr Sättigung. Ich erhöhe einfach mal auch den Schieberegler, damit man das mehr sieht und so sieht man jetzt glaube ich ganz gut, dass jetzt halt wirklich nur dieser Bereich, den ich angemalt habe, dass der hier von diesem Filter beeinträchtigt wird und das sieht man übrigens auch hier ganz gut in dieser Vorschau, wenn du diese Arbeit mit Ebenen schon ein bisschen genauer kennst, siehst du hier dieser schwarze Bereich, der nicht beeinflusst wird von diesem Filter und der weiße, der beeinflusst wird von diesen Ebenen. Also das sieht man hier in der Vorschau auch ganz gut. Also das finde ich wirklich, ist wirklich ganz gut gelöst. Okay, dann siehst du hier noch, gibt es noch hier diese anderen Filter, die wir eben schon mal kurz gesehen haben, die ich ja noch kurz ansprechen wollte, nämlich hier so ein Accent AI-Filter nennt sich das und hier so ein Sky Enhancer. Was ist das denn? Ich mache das Ganze einfach nochmal rückgängig, das geht natürlich hier auch bei dem Programm. Ich kann einfach hier oben auf den Verlauf gehen und kann hier meinen ganzen Verlauf angucken und der wird übrigens laut Lumina 3 auch ja unbeschränkt gespeichert. Also selbst wenn ich das Programm jetzt zumache und beim nächsten Mal wieder aufmache, dann sind hier diese ganzen Verläufe, die sind hier gespeichert, die werden in eigenen Bilddateien gespeichert und ich habe so wirklich alle Bearbeitungsschritte ja immer verfügbar. Das ist natürlich auch wirklich super. Ich gehe jetzt mal wieder auf das Originalbild zurück, damit wir hier diesen Filter mal anwenden können und gehe einfach mal auf Verstärken und dann sieht man hoffentlich ganz gut, was passiert. Ja, das geht so, aber wenn ich den einfach mal so ein bisschen vor und zurück mache, dann sieht man es vielleicht ganz gut, nämlich dass zum Beispiel jetzt hier die Schattenbereiche, die werden aufgehellt, die hier im Vordergrund, die Straße und die hellen Bereiche im Hintergrund, die werden abgedunkelt, also der Himmel hier zum Beispiel. Also hier dieser Filter, der analysiert wirklich das Bild komplett von alleine und versucht das Bild so zu verbessern und ähnlich funktioniert auch hier dieser Sky Enhancer, der erkennt automatisch den Himmel des Bildes und kann den dann automatisch verbessern. Also wenn ich den jetzt auch nochmal nach oben schiebe, dann wird der auch einfach nochmal kontrastreicher und die Blautöne werden hier nochmal extra rausgearbeitet, aber ich muss hier halt wirklich nicht einen Verlauf oder sowas drüber ziehen, sondern das macht der komplett von alleine. Okay, es gibt aber noch tatsächlich viel mehr Filter. Ich kann hier auch noch auf Filter hinzufügen gehen und dann kann ich hier ganz viele Filter ausführen. Da sieht man hier zum Glück auch so eine schöne Vorschau, was genau das jetzt ist. Das ist natürlich auch sehr hilfreich bei der Anzahl der Filter, die es hier gibt. Hier zum Beispiel so verschiedene Fokuseffekte, Orten-Effekt, sanfter Fokus, damit das Ganze so ein bisschen ausgewaschen wirkt. Sind natürlich jetzt mehr so ein bisschen spielerische Effekte. Nebel kann man auch künstlerisch zum Beispiel oder ja als Effekt hinzufügen. Grünverbesserung ist vielleicht auch noch ganz interessant. Damit kann man die Grüntöne nochmal über diesen Filter explizit genau bearbeiten. Oder was vielleicht auch ja zu Anschauungszwecken zumindest mal ganz interessant ist, was man hier sogar auch machen kann, so Sonnenstrahlen hinzufügen. Also ich wähle den einfach mal aus und dann wird hier so eine künstliche Sonne wirklich hinzugefügt. Das macht jetzt natürlich nicht immer Sinn und ist natürlich eh fraglich, ob man das machen möchte mit seinen Bildern. Aber zeigt vielleicht ganz gut, was man hiermit wirklich so alles machen kann. Ich mache das Ganze hier nochmal zu und dann kann ich jetzt die Sonne wirklich hier frei bewegen und kann die auch sogar hinter irgendwie Felsen hintersetzen oder hier hinter Berge. Und dann sieht man, wie das hier wirklich hinter dem Berg so verschwindet. Das sieht jetzt natürlich ziemlich unrealistisch aus. Ich kann das auch so ein bisschen zurückfahren, damit das nicht ganz so unnatürlich und stark aussieht. Aber es zeigt schon, finde ich, ganz gut, was man hier mit dem Programm tatsächlich machen kann und wie man schnell hier aus seinen Fotos was herausholen kann und wie viel künstliche Intelligenz da tatsächlich auch hinter steckt, hinter den Filtern, die wir ja eben schon gesehen haben. Oder zum Beispiel auch hier mit dem mit der Sonne, wo das halt wirklich automatisch errechnet wird, wo hier irgendwelche Berge im Vordergrund sind und wo die Sonne hinter verschwinden muss. Also das ist schon wirklich krass, was man hier ja herausholen kann. Ich gehe einfach mal nochmal in die Bibliothek rein, indem ich einfach nochmal auf diesen Button hier oben klicke und zeige einfach mal noch ein anderes Bild, was ich bearbeitet habe. Hier das zum Beispiel, was finde ich halt auch jetzt so ziemlich natürlich aussieht. Und da ist zum Beispiel jetzt auch hier diese Sonne drin, was man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt direkt sehen würde, wenn ich einfach nochmal zeige vorher und nachher. So sah das Bild vorher aus. Und so sieht das jetzt mit einer einfachen Bearbeitung, sage ich mal, aus. Also einfach so diese allgemeinen Anpassungen hier über diese War-Entwicklungen, die angezeigt werden, wenn man auf diesen professionellen Bereich drauf geht. Und man sieht hier, finde ich, glaube ich, ganz gut, wie man doch aus dem Bild ja ziemlich viel herausholen kann. Ja, das war aber jetzt natürlich auch erst einmal nur so ein grober Überblick über das Programm. Aber ich muss wirklich sagen, nachdem ich Lumina 3 jetzt mal für so ein paar Tage ausprobiert habe, dass ich doch durchaus begeistert davon bin. Die Stärken des Programms sind meiner Meinung nach zum einen die Übersichtlichkeit. Also man hat da wirklich tausende Buttons, wo man draufklicken kann und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Das finde ich ist sehr gut bei dem Programm. Und zum anderen aber auch, ja, der Umfang des Programms trotzdem, obwohl es übersichtlich gestaltet ist, dass man einfach sehr viel damit machen kann und das Ganze doch über die normale War-Entwicklung, wie man sie zum Beispiel halt auch aus Leitungen kennt, hinausgeht, wo man sehr vieles mehr an Filtern hat und was man halt alles so allgemein damit machen kann oder sogar halt auch, ja, dass man wirklich mit mehreren Ebenen arbeiten kann. Performancemäßig habe ich da manchmal noch so ein paar Probleme zurzeit, aber das liegt einfach daran, dass diese Programmversion ja noch relativ frisch ist. Also das wird mit der Zeit sicherlich besser werden. Und das ist ja auch das Gute an dem Programm, dass man, ja, Lumina 3 kauft man einmal und dann bekommt man halt die zukünftigen Absätze dann auch kostenlos. Also nicht wie bei Adobe, wo man ein Abo halt wirklich abschließen muss. Ja, was vor allem als Hobbyfotograf ja dann doch, ja, wo man das nicht unbedingt machen möchte und dann auch doch relativ teuer werden kann. Ich habe euch das Programm einfach mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr das Ganze also einfach mal selbst anschauen. Und ihr könnt das Programm darüber auch übrigens erst einmal kostenlos nutzen. Also ihr müsst das nicht direkt kaufen, sondern ich glaube sieben Tage sind, das kann man das kostenlos erst einmal ausprobieren. Und wenn ihr dann genauso begeistert seid davon wie ich und ihr das Programm gerne kaufen wollt, dann könnt ihr auch noch mit dem Rabattcode 80pixel 10 Euro Rabatt auf das Programm bekommen. Also ja, schaut euch das Ganze einfach mal selbst an. Okay, aber ansonsten war es das jetzt hier mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal ein bisschen was anderes. Ich habe ja hier schon viele Videos zu Affinity Photo gemacht. Ja, aber jetzt halt auch mal zu einem anderen Programm, Lumina 3. Würde mich jetzt mal interessieren, ob ihr da gerne mehr drüber wissen wollt. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt das auch gerne in die Kommentare rein. Auch was ihr zum Beispiel vielleicht noch über das Programm sehen wollt, dann zeige ich da euch einfach mal so ein bisschen mehr zu. Ja, abonniert auch gerne den Kanal, damit ihr kein Video darüber verpasst oder allgemein zum Thema Fotografieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.